Detlef, die Angestelltenkonferenz ist Ausdruck der Vielfalt der IG Metall und auch Ausdruck des Engagements innerhalb der IG Metall. Wo siehst du weitere Felder des Engagements und der Verbesserung des Engagements für Mitglieder innerhalb der IG Metall? Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir die unterschiedlichen Beschäftigtengruppen, ob das Angestellte sind technische Experten, ob das kaufmännische Angestellte, ob das gewerbliche Arbeitnehmer sind, noch besser für die IG Metall ansprechen müssen, indem wir sie noch besser beteiligen an unserer Politikformulierung, dass die unterschiedlichen Lebenswelten, die unterschiedlichen Ansprüche, die unterschiedliche Beschäftigtengruppen an die IG Metall haben, auch in die Eingang finden, in die IG Metall Wirklichkeit, was die Programmatik angeht, aber auch was das konkrete Handeln angeht. Also ich glaube, wir müssen noch stärker Beteiligungsgewerkschaft werden, wir müssen noch durchlässiger werden für die unterschiedlichen Sichten, für die Vielfalt innerhalb der IG Metall. Wir müssen dann sehen, dass wir es natürlich gemeinsam verbinden und zu einer gemeinsamen Strategie finden. Und da haben wir gute Entwicklungen gehabt in den letzten Jahren. Wir sind gut, aber wir müssen da noch besser werden. Die IG Metall, beziehungsweise die Angestelltenkonferenz, beschäftigt sich ja mit dem Wandel der Arbeitswelt. Und wie verändert sich die IG Metall mit diesem Wandel? Wir müssen Seismograph sein für die Probleme, die sich durch die großen Transformationsprozesse, die vor uns stehen, Stichwort Digitalisierung, Industrie 4.0. Was tut sich da wirklich in den Betrieben? Wo sind die Chancen, wo sind die Risiken? Und wir dürfen das nicht dem Gang der Industriegeschichte überlassen, ob sich die Chancen verwirklichen oder die Risiken verwirklichen, sondern wir müssen sehen, dass die Chancen rausgearbeitet werden, verstärkt werden und die Risiken minimiert werden. Und da muss die IG Metall eben Seismograph sein, Themen aufspüren und auch Konzepte entwickeln. Wie können wir denn die Dinge so gestalten, dass die Qualifikation der Beschäftigten erhalten bleibt? Wie kriegen wir die Arbeit so organisiert, dass der Mensch nicht nur ein Rädchen im Getriebe wird, sondern sozusagen Bestimmer über die Technik wird? Das sind große Entscheidungen zu treffen. Und da muss die IG Metall beweglich sein, offen sein, diskutiv sein und muss dann auch entschlossen handeln. Und sie muss eine gute Basis haben. Das ist ganz wichtig. Und zwar Mitglieder. Wir brauchen Durchsetzungsstärke, damit das, was wir dann an guten Konzepten haben, auch tatsächlich durchgesetzt bekommen. Und das sind natürlich letztendlich die Mitglieder, die uns in die Lage versetzen, das auch tatsächlich dann in die Wirklichkeit zu bringen. Du hast eben bestimmte Stichworte gesagt. Industrie 4.0, Flexibilisierung. Was ist eigentlich noch gute Arbeit bei diesem Wandel der Arbeitsverhältnisse? Na, das wird sich herausstellen. Jede neue Entwicklung hat ja immer die Tendenz, Industrie 4.0 zum Beispiel, entweder führt es zu mehr freier Räumen in der Arbeit oder zu noch mehr Leistungsverdichtung, zu mehr Leistungskontrolle. Führt es zu einer Entlastung von Stress und schwerer Arbeit oder wird die Arbeit noch mehr zergliedert, noch mehr sinnentleert, noch entfremdeter organisiert. Und das sind die beiden Pole, in denen wir uns bewegen und wo wir versuchen müssen, die Dinge zu tun, was wir unter guter Arbeit verstehen, nämlich soziale Sicherheit, sichere Arbeitsplätze, gute Qualifikation, hohe Selbstverwirklichung in dem, was man tut und hohe Zufriedenheit und Stolz auf das, was man letztendlich tut. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich danke auch.